geehrte präsidentin sehr geehrte gäste zuschauer und abgeordnete wir diskutieren heute ein arbeitsprogramm ein arbeitsprogramm das klingt nach fleiß klingt nach entbehrung das klingt nach fortschritt das klingt aber vor allem auch nach einem konkreten plan und genau das ist das arbeitsprogramm der eu-kommission nicht es löst keine probleme nicht das italienische nicht die wirkungslosigkeit des eu- türkei-deals und nicht die praktische nichtigkeit des schengen und dublin abkommens das ist kein arbeitsprogramm sondern lobby induzierte versprechungspolitik von leuten die sich vielfach der geschäftsführung ohne auftrag befleißigen einer kommission die neben irreführendem aktionismus vor allem eigenwerbungsbroschüren produziert sie lesen dann zitat der digitale binnenmarkt hat den europäern bereits einige vorteile gebracht die roaming gebühren wurden abgeschafft die bürgerinnen und bürger haben nun zugang zu filmsport musik videospiel und ebook abonnements etc und einen anderen höhepunkt brüsseler bürgernähe haben wir letztes jahr als sonderbonus erfahren die in aussichtstellung des etwaigen endes der sommerzeit umstellung die da doch jedem land wieder selbst überlassen bleiben muss das ist übrigens eine unfreiwillige höchst unfreiwillige reminiscenz daran wie viele anachronismen also fortschritt von vorgestern hier mitgeschleppt wird denn die zeitumstellung wurde erstmals von deutschland und österreich ungarn im frühjahr 1916 eingeführt und dann auch noch von den kriegsgegnern übernommen nächstes beispiel die investitionsoffensive für europa der sogenannte juncker plan hat bereits zusätzliche investitionen in höhe von 344 milliarden euro generiert sie hat damit ihr ursprüngliches ziel übertroffen und wird voraussichtlich 1,4 millionen arbeitsplätze schaffen wie tickt jemand der als kommissionspräsident ein investitionsvehikel das von manchen als renditegarantie für finanzheil bezeichnet wurde seinen eigenen namen aufdrückt das zeugt von allmachts fantasien einer freischwebenden politikerkaste mit dem motto wenn es ernst wird muss man lügen das ist in der geschichte immer schiefgegangen und dann ist alles naturgemäß naturgemäß nicht mal vernünftig validierbar zitat die angaben zu den tatsächlich angestoßenen investitionen seien womöglich überhöht teilt der eu-rechnungshof diesen dienstag mit laut schätzung sind die zusätzlich mobilisierten investitionen und der gigantische hebel darum fraglich herr juncker mit herrn juncker unterstützen sie zudem einen mann der 500 millionen europäern als vorbild dienen soll beziehungsweise diese repräsentiert und frauen auf staatsempfängen unkontrolliert durch die haare wuschelt zudem wurden die meisten aus den sogenannten juncker plan finanzierten investitionen in griechenland estland portugal spanien litau und lettland et cetera angestoßen das ist ein altes altes muster dass vertreter von zwergstaaten zurzeit der hobbycoiffeur aus luxemburg beziehungsweise brüssel in eine verantwortungsvolle position gehievt werden und von dort aus munter das steuergeld anderer leute verteilen in deutschland müssen aber viele anrainer etwa die straßensanierung selbst bezahlen trotz aller rekordsteuereinnahmen des eu-landes deutschland sehr sehr vieles in der eu ist eben blendwerk oder einbahnstraße eine von klammen staaten ersonnene trickserei um die geldbörsen anderer leute anzuzapfen und das mit zunehmender und vielschichtiger negativ dynamik dazu sage ich ihnen eins ganz klar wir als afd wollen schluss machen mit unbewährtem tischlein deck dich und all den anachronismen die immer wieder neu erfunden werden dann bilden endlich wieder die interessen des eigenen landes und des eigenen volkes die grundlage aller entscheidungsprozesse dankeschön das wort hat der kollege gunter